Wo bin ich denn gelandet? Ist das nicht Blue Yetis Kanal? Leute, das ist schon eine große Ehre hier zu sein beim Blue Yetis Kanal und ich bin mega froh, dass ihr das Video geklickt habt, weil das freut mich einfach mega und ja und wir sehen uns am besten bei meinem Aufnahmezimmer, bis gleich Ja Leute, das ist mein Aufnahmezimmer aber ps, inspiriert von Hebasi ja, also ja, hier mache ich meistens mein Format wie zum Beispiel Hashtag FraxWellX, wo ich eure Fragen beantworte oder was ich auch sehr, sehr öfter tue krassen Real-Life-Story erzählen und mache sogar dazu kurze interessanten Kurzfilmen sogar und ja was ich auch sehr öfter tue, mit meinen Freunden verschiedene Spielmodis spielen oder zocken besser gesagt Beispiel wie Survivor Games Sky Wars Bad Wars und so weiter und hier ist eine kleine Aufnahme wo ihr mich, sage ich mal, besser kennenlernen könnt und wie ich immer so drauf bin wie ich immer meine Videos aufnehme wie ich immer meine Videos schneide deswegen schaut euch unbedingt das Video bis zu mir an und ich wünsche euch noch viel, viel, viel Spaß beim Zugucken Wir sind so kalt Start, please Bist du behindert, Junge? Pass auf, so ein Chatband so ein Chatband Ah, ich weiß Du wirst dich gerade schreien Seriously? Stupid What? What are you doing, man? Where are you speaking? Da, Team Alter, verpiss dich, Alter Sollte, such dir einen Freund, Junge Bitte Begrüßung Wie wir gerade waren Wo wir gerade waren Bitte Hör auf, diese Geräusche waren ecklich, Alter Komm jetzt Ich bin hier Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Felix und willkommen zu einem Survive Games Video und heute bin ich nicht alleine, sondern mit einem Spitzelgast und das ist mein bester Ich bin im Ball Nein, ich weiß nicht Äh, ja, ich bin BigExpert, jetzt komm Okay Alles klar Ja, Leute, ich bin wie gesagt mit meinem besten Freund BigExpert hier am Start und ich hoffe, wir gewinnen die Runde Wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, was wir so in der Kiste bekommen und ja So, ähm, ich bin mal sehr gespannt Nein, ich hab einfach gar kein... Ich hab einfach Eisen plötzlich bekommen Okay Also, ich hab Eisenschwert bekommen Das ist sehr, sehr, sehr schön Also, Leute, noch zu mir, wer ich so bin Also, mein Name ist Relix Ich bin mittlerweile 17 Jahre alt und das ist mein bester Freund BigExpert mit dem zeug ich auch sehr öfter und So richtig easy abgeschafft Kannst du mich ein bisschen bussen, weil ich hab Eisenschwert da kann ich den schneller töten Danke Oh, der Bus war sehr angenehm, mein Freund Und ja, Leute Mit... Hey, du packt einfach Und Leute Wir haben kurzer Standbild auf Gaume Ja, das ist echt Mod mittlerweile kacke auf Gaume dass man immer zurückgepackt wird Und wir haben den Der ist die ganze Zeit zurückgepackt Ja, ja Und Das ist die Kiste, ich hole mir kurz die Kiste Alles klar, ohne Spaß Mittlerweile macht das mir sehr, sehr Spaß, Videos zu schneiden Und Hier Oh Sag mal, die Rüstung Oder brauchst du keine Rüstung Ja, okay Ich bin auf deinem Herz, ne? Hast du Heilung oder so? Ja TNT Ja, perfekt Okay Und ich hab den Nice, Leute Das Wollte ich Schaffen So Ich hab sogar Hast du Pfeile für mich, weil ich hab jetzt Bogen? Nein, hab ich nicht Komm mit, komm mit, komm mit Das ist ein Spieler Okay, sehr schön, sehr schön Wir versuchen jetzt, sie zu bekommen Komm mit, alles klar Du machst einfach die Tür zu Komm mit, alles klar Komm mit, alles klar Du musst einfach sagen, dass du gut bist Wenn du nicht wirklich gut bist Aber du kannst einfach nicht in das Weil sie nie verstehen Komm Komm Oh, nicer, nicer Double kill Komm mal, Biggers Erzähl mal von dir, wer du bist Was ist dein Hobby? Erzähl mal, wer du bist Mein Hobby ist, tanzen In der Mannschaft Tanz mal, tanz mal Ich mach Musik rein so Ich mein Hobby ist Alles klar, Leute Ey, wissen wir Bescheid Warte, komm mal zu mir Wir machen ef- ehe, zweit Komm, wir machen Fotos Ich bin's Felix, du bist? Meine Mutter Zusammen sehen wir Hashtag Biglix Ja, ich brauch dein Holzschwett nicht So, komm Ich hab's noch weggerufen Leute, jetzt seht ihr fette Montage Es leben noch 8 Spiele und jetzt kommt richtig heftige Montage Riechtige Montage Wir sind die Montage-Parody-Makers Und das ist, wie wir rollen, motherfucker Damn, son, where'd you find this? Damn, son, where'd you find this? Damn, son, where'd you find this? Damn, they did a lot Damn, they did a lot Damn, they did a lot Musik Jetzt wird es entschieden, wird BKX bei der Runde gewinnen oder es will nichts. Warum bin ich jetzt so dunkel? Das kann doch nicht wahr sein! 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 Das kann doch nicht wahr sein!